hallo meine lieben ja ich wollte heute eigentlich nach meinem tasting 25 jahre feierabend machen habe mich dann aber entschlossen doch noch diesen whisky hier der schon länger bei mir im schwank steht mit zu vertasten zu verkosten und zu verriechen es ist eigentlich der start für meine glenfarglis serie gewesen der standards ich habe aber mich anschlossen nur den für mich wirklich sinnvollsten whisky hier diesen 25 jährigen als vergleich zu nehmen die gieße ich schon mal ein zum glück hat wie gesagt die flasche gehalten die war mir runter gefallen schöne ecke abgeplatzt aber sie hat überlebt ja hier gieße ich mir auch schon einen schluck ein ich versuche immer wieder den deckel in die fläche rein zu drücken ja ansonsten möchte ich vorstellen diesen schönen whisky namens speaside region malt destilliert in speaside region scotland von finest whisky berlin das gute stück ist 18 jahre alt wurde 2001 destilliert und abgefüllt 2019 es gibt davon 624 flaschen ich habe gerade noch mal geschaut ob es diesen whisky noch zu kaufen gibt ich habe ihn bin ich der meinung vor kurzem noch gesehen gerade aber jetzt spontan nicht mehr der kam 89 euro bin ich der meinung ja und ich weiß nicht mehr ob ich 79 oder 89 bezahlt hat muss ich ganz ehrlich sagen aber so in dem dreh hat 45,6 prozent und dieses motiv hiervon ist das motiv der glenfarglis brennerei da steht diese kleine brennblase davor vor der eigentlichen vor der eigentlichen destille steht da so mitten darauf kann man sich auf den bildern auf echten bildern dann so auch mal ansehen also ich bin davon ausgegangen es ist ja ein secret spie side der name dafür wohl nicht genannt werden ich gehe aber davon aus wenn ich mir das bild anschaue ist die glenfarglis brennerei ja dann wird sicher kein tulibaden da drin sein ja abgesehen dass ein tulibane glaube ich auch ein highland whisky ist ja ansonsten ich hoffe ich habe jetzt nichts falsch ist gesagt nein aber so ja schönes ding ja eingegossen habe ich schon und nun geht es ans verriechen verschmecken verkosten was ich dazu noch sagen muss wenn man sich die beiden farben ansieht ja dann ist das das ist so ein richtig dunkler ton ja der hier ist schon etwas heller sie sind ja alle nicht gefärbt bei der flache ich muss ganz ehrlich sagen ich gehe davon aus dass sie auch nicht gefärbt sein wird das ist ja von einem unabhängigen ich habe es nicht rausbekommen muss ich ganz ehrlich sagen ja aber ich gehe davon nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt weil ich habe hier kleine schwebe teilchen drin und unten am boden also wird sie nicht kühl gefiltert sein und ich gehe davon aus dass feines whisky berlin auch nicht färbt warum wie wie sollten sie es machen also was hätten sie das ist glaube ich so ja das wäre schlecht ja aber wenn dem so ist dann ist das ein richtig satter dunkler ton und für den 18 jährigen gegenüber den 25 jährigen der hier denn schon ein bisschen blass aussieht möchte ich vermuten dass dieser hier wohl in mehr also dass das ein first fill fass war und das refill fässer mit dabei waren aber gut das ist alles spekulation wir gehen jetzt an die nase ja und das ist der grund warum ich diesen whisky so gerne trinke da kommt eine volle packung cherry entgegen und dann süße und ich sag's ich weiß es schon es ist jedes mal wieder von neuem schön ich habe das gefühl man riecht hier rein ich will nicht sagen den kaipirinha geruch aber es ist so dieser geruch wie wenn man den kaipirinha glas mischt also wenn man den kaipirinha vorbereitet und macht dann den braunen rohrzucker rein die limetten stampft das durch und dann noch so eine leichte leichtes minzblatt mit rein ja und dann kommt das eis rein und nicht der kaipirinha ja so muss man das mal sagen also es riecht wirklich nach leicht leichten limetten geschmack in braunem rohrzucker zerstoßen also das ist immer das was ich damit so assoziiere muss ich ganz ehrlich sagen rotes früchte kompott noch dazu das ist absolut eine super nase ja jetzt damit auch die standards eine chance haben habe ich den 25 hier hingenommen und der riecht ähnlich ähnlich anleernd ähnlich aber nicht so intensiv wie dieser whisky hier viel viel kräftiger viel viel kräftiger da drückt richtig so wie soll ich sagen diese rohrzucker brauner rohrzuckersüße die drückt da so durch ja aber unverkennbar ähnlich irgendwie eine andere nase bekommen das habe ich mal gesehen bei einem anderen youtuber dass man damit das wohl beheben kann das problem dass die nase dazu belastet ist leicht viel viel kräftiger viel viel kräftiger ja deckel drauf und hier probiere ich das ist er hat richtig viel power süße saftige orangennoten liegt sich im ganzen mund herum und dann ich kann mich gar nicht entscheiden ich würde sagen eine leicht bittere Nussschokolade ein gemisch aus schokolade und nuss haselnüsse ja im abgang sehr sehr nussig vielleicht leichte eiche absolut guter tropfen ja teile ich mir gut ein wird so ja wahrscheinlich dann als ich von geguckt habe gab es ihn erstmal so nicht mehr bei 624 flaschen werde ich ihn vielleicht höchstens nochmal über den zweitmarkt bekommen aber sehr schön sehr schön sehr schön wirklich wenn man bedenkt der ist 18 Jahre alt und für unter 100 euro also wirklich ich bin der meinung ich habe 80 ich weiß es nicht mehr ja 80 90 euro bezahlt vielleicht ja und im gegensatz zu nimmt man dann halt wobei der auch wirklich vom preis leistungsverhältnis gut ist ja 25 Jahre für 120 euro aber für bestimmt 40 euro weniger viel mehr intensivität hammer toller bis ja ja den will ich auch gar nicht verdünnen 45,6 prozent optimal optimal da brennt nichts mit alkohol sehr rund und trotzdem hat der power ja es war für mich ein schönes experiment ich werde sowas denke ich nochmal machen mit unabhängigen abfüllern dass man wirklich da mal sich einen rauspickt und dann die standards dazu vergleicht aber der war wirklich weiß nicht vielleicht nehme ich auch nochmal einen hier von feines whisky berlin muss ich mal sehen ja wie wir das hinbekommen aber der hat mich echt überzeugt ja ich wünsche euch noch einen schönen abend und schaut wieder vorbei es geht weiter dann mit deutschen whiskies bei mir ich hatte mir ja da St. Kilian und Palatinatus Palatinatus Whisky bestellt schauen wir mal wie die so sind ja sehr schön und ich lasse mir die heute noch schmecken schönen Abend noch die 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 Vielen Dank.